... Na, horridoo ne? Wo läufst vor? Ich bleib hinter dir. versteckt schnappst hier ich habe größten gefunden Dann Okay. 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 Jetzt kriege ich auch meinen Kuchen. Nee. Ich dich da draußen riechen können, kleine Schleichratte. Und ich habe gerade gepupst. Kann sein, dass du mich da riechst. Kommt immer im besten Familien vor, so weit. Bis dahin? Was war das? Puckwit. Ja. Puckwit. Puckwit. Was ist das? Noch nie. Ja, okay. Nee. Na, muss sehen. Wie du dich führst. Richtig riechen. Richtig riechen. Hö, hö, hö. Immer gut. Mensch, wir stehen auf. Oh ja, nicht mehr ein Stern. Jetzt ist der Safe schon offen. Wir passen nicht beide durch die Tür. Oder dein. Mit nochmal wärst du nicht weit gekommen. Und dann. Oh. 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 Hey, weh, weh. Uh-huh. Oh, time. Rassivierung Protektron zu Diensten. Das Schloss sieht schlappier aus. Hier und das Zehwans. Ich bin drin. Das ist mir gut. Bis zum nächsten Mal. Du Dasein! Dasein! Nicht verstecken! Du kommst raus! Kommt raus aus Versteck! Nee, nee. Du kommst raus aus deinem Versteck. Du kommst raus! Das Geläuchte! Was soll es sein? Waffen sichern! Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Oh, nee! Ja! Nee! Die piept so! Von der Waffe? Warum ist die so leise? Ja! 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 das war jetzt nicht arzt würde ich sagen ganz gut aus einige gebrochene rippen becken ist auch noch ok die fraktur ist auch nicht es liegt aber schlecht wo sieht man gar nicht naja aber ruhst du lässt es ab dino und das bedienungsladen ja benzin im klub wenn sie keine wo muss man jetzt eigentlich hin ja Aha. Wir haben ja fertig hier. Komm nun, ich glaube es ist gut. Immer noch erstaunt, wie herrlich das aussieht. Immer noch. Warum hat man das Spiel so links liegen lassen, verstehe ich bis heute noch nicht. Wenn man überlegt, wie alt das Spiel ist. Dann sind wir noch grafisch besser, wie alles andere, was es so weit auf dem Markt als VR-Spiel sich ausgeben möchte. Mal reparieren. Mal den dämlichen Helm absetzen. Ohne Helm gehen. Nein. Nein. Früher einen Punkt am anderen zu vergeben. Ich mache hier doch kein Licht. Ach, verdammt. Keinen Punkt. Wieder Feuer, da ist voll. Okay. Klingt auch lustig. Ja. Dann müssen wir Helm doch wieder aufsetzen. Sonst haben wir ja kein Licht. Das hat eigentlich blau eingestellt. Warum es nicht blau ist. Mal rot. Wir können schon öffnen. Ja. 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 Ich hab die Haken geschlagen. Das hab ich gesehen. Was ist auch ein Mieler? haue mina herrlich einfach nur herrlich das ist nicht herrlich das war jetzt nicht herrlich noch hier drinnen ok nein ich nicht er ist es er war es ich habe es genau gesehen er war es nicht rot oder mal ein licht an sicherlich dann machen nicht nur in meinen Füßen so rum fäll ich doch mal hin was denn was denn hey hallo rede mit dir geh mal hin guck mal um die Ecke gesteubert ausgerutscht was war denn da oh ja oh ja ne du mit mir du hast mich zum kartenspielen eingeladen naja du hast doch versteck mich nicht ihr habt verloren das letzte Mal brauche ich auch nicht versteck mich nicht blaue ich die Sachen vor der Nase weg na genau die schließe ich jetzt auf wegen was naja ich komm doch schon wir komm doch raus na komm ne hier und eigentlich gemacht mir zwei was habe ich die alte Zeit oh ja wie sau ändert mich das weiß doch früher war immer alles besser wie schön oh ich weiß dass du hier ich werde dich da gibt's nicht auch wie früher so was denn jetzt mit dich wie ein Treffer also Doppel E kann es schon mal nicht eine ganze 2 das haben wir ein T kann es auch nicht sein hat man mich auch kann man nur das S und das R also sowas hier schon immer nicht hier schon immer nicht hier schon immer nicht das ist R das ist schon immer nicht oder wird das eh nur einmal gerechnet kann mir nicht vorstellen die haben wir ja überall das ist schon immer noch nicht mehr das war jetzt sehr respekt das stimmt ja nicht hey lass uns was essen ich bin am verhungern du kannst essen wenn ich sicher bin dass uns keiner überfällt ja ja schon klar mann warum hast du eigentlich immer so eine scheißlaune darum bin ich auch noch am Leben und weil ich mich auf deinen jämmerlichen Arsch verlassen muss versuche ich dich auch am Leben zu halten und jetzt halt die Klappe und mach deine Runde fertig Mann 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 die können sich aber auch leiden so was haben wir jetzt nix wieder nur ein Treffer mach ich jetzt mit K L und schon mal 2 gut dann war es nämlich das E und das L geschaffen ein Treffer und so ein langes Wort ist immer schlecht dazu ein geht das dann ja er will mich schon finden ist klar mich will ich ja noch finden wo du auch so sieht es natürlich noch geiler aus ne da ist es nicht so überstreut von der Taschenlampe ich weiß nicht wie es auf Video aus das ist doch scheiße oder auch nicht ne ich will nicht fangen ja hab dich hab dich nicht noch meine Methode von Fong spielen ich werde dich finden ja bist du tot komm raus komm mit dir los schmerzlos re diam, Schmerz immer jetzt du mit mir mhhh Naja. Kleeband, ganz wichtig. Und hier noch 5.024 Flaschen. Obwohl die Hälfte fortgeflogen ist, in irgendwelchen Ecken. Oh Mann ey. Wir sind bestimmt wieder bald überfüllt. Oh ja. Wir müssen langsam da verkaufen gehen. Oder es mal einlagern. Ich brauche doch nicht über die Flaschen rum. Die bekomme ich auch nicht so auf. Du mit dem Toaster und der Zange. Ach und der Zange, der Toaster und der Kerbel in der Säule gemacht hast. Möchte ich auch gerne mal wissen. Was für ein Strom getestet ist. Huch, wir haben noch 12 Volt. Ne. Jeder weiß jetzt, 23 Volt sind. Ja. Wir haben noch zwei Blödsinn. Das wär's. wenn man seine mühle auf und ja nun kommt schon noch aber noch machen und hier noch fertig machen ich einfach vorausbrechen das ding jetzt dahin gut ich kann es da war ich mal mit dem institut war mir ja noch nicht mal ich muss nicht sehen ja ja Na, na, na. ich bin nicht sicher dass wir nicht allein sind allein nicht aber die sind ganz schön weit weg auch schließt die ganze gegen die mauer wo kommt ein hund hallo draußen, auf die Grenzen du mich treiben, wenn du da hast aber na gut, das sind ja so Sachen, wo wir später aufstehen kommen na Bruderschaft will ich nicht gehören wir werden uns die Quest angucken Bruderschaft habe ich oft genug gespielt ich steile mich eigentlich mal verkehrt rum hin das ist doch nicht rot rot, rot ich habe mir heute kein Licht ich wollte nicht sagen, dass ich eine ganze Zeit über den Kerzen hier arbeite ich habe einen ganzen Auerstoff mehr so, fangen wir jetzt an, fangen wir die E-Mail an ich will keine Milas mehr, behalte sie für dich ich will sie nicht mehr, ich habe doch genug schon hingestellt aber wenn du dir die neuesten und coolsten Sachen anschauen willst, kein Problem gibt es was Neues von Mila? Pam ist wie ein leuchtender in einem Krater und saugt alle Daten von Milas Kameras auf die Atmosphären Sensoren haben nichts empfangen noch nichts, das braucht Zeit vielleicht später wie du willst mein Freund ach so, halt, warte mal ja, zeig wir mal deinen dann bin ich mal gespannt oh, ist ja gar nichts, was da ist warten wir ab, was ich dir gleich alles gebe nee, das ist nicht genug Kohle naja, die Klarte behalte ich mal noch die Vandana ist auch ja, ich müsste mich auch mal ohne Anzug mal wieder bewegen da ist doch recht da ist doch recht da ist doch recht brauchst du irgendwas? nein, noch nicht da haben wir auf einmal eine blaue Lampe das ist ja wow wie auch noch so klein hier wie auch noch so klein hm 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 Ah, reicht nicht. Nee, schon nicht. Mal, doch, 25. So. Wirklich nicht mehr so wie die Lili-Butaner. Bist du verletzt? Ist echt ein Wunder, dass du und Llorious noch durch einen Metalldetektor schafft. Jetzt gerade nicht. Allzu gut. Ja, behalten wir deine Spritze für dich. So, ich wollte jetzt den Helm ändern. Wo ist denn jetzt... Einen habe ich nicht mehr auf. Ah, was haben wir denn hier? Nee, einen Arm wollen wir nicht. Ehring auch nicht. Nein. Ach so, du hast ja... Outings kommt so offen, ne? Bustal. Ja, ein Hut. Aha, war da Kleidungspot gepolstert. Es ist auch nicht alles gibt. Oh, mal schwitzen. Was? Da hat sich die Mutt aufgehangen. Ich meine, ich kann hier was ändern. Ja, schön. Aber ich komme nicht mehr raus. Aha. Na gut. Entschulde. Untertitelung des ZDF, 2020